Hallo liebe Teilnehmer, willkommen zum Yoga heute in unserer Adventszeit. Ich hoffe ihr genießt die Adventszeit trotz all der widrigen Umstände und was man da ja manchmal braucht um nicht ganz auszuflippen ist Standfestigkeit und das machen wir heute mal und deswegen beginnen wir natürlich auch im Stehen. Komm ans vordere Ende der Matte, denn wir bleiben natürlich nicht hier stehen. Wir wollen uns ja trotzdem bewegen. Spür die Erde unter dir, entriege die Knie, heb das Brustbein an. Und dann kriegst du da schon so ein Gefühl, wenn du das ganz bewusst machst, dass da Kraft reingeht in diese Haltung. Tadasana ist auch eine Asana. Also das nie vergessen, wir stehen nicht einfach so rum, sondern es ist genauso eine Yoga-Haltung wie der herabschauende Hund. Lass alles los, was du jetzt nicht brauchst, alles was dich belastet, alles was heute schon passiert ist oder vor dir liegt, finde in deinen Atem. Und dann öffne die Augen einatmend, fächer die Arme auf. Ausatmend beug die Knie, fließ in die Vorbeuge für einen Moment, lass hier Nacken gehen, lass hier locker. Einatmen, steig mit links weit zurück, lass die Hüfte sinken und heb gleichzeitig das Brustbein an. Mit der Ausatmung steig dann mit rechts zurück in den herabschauenden Hund. Komm einatmend vor in die Brettposition, also auch das wirklich eine Kraftposition. Ausatmend den Katzenbuckel, die Füße klappen um. Einatmend Kuhrücken, schau Richtung Becke, stell die Zehen wieder auf, ausatmen, herabschauender Hund. Und dann bleib hier so für zwei, drei Atemzüge. Schau dann nach vorn, lauf nach vorn, einatmen, die halbe Vorbeuge, Rücken streckt lang, aus, entspann dich in die Vorbeuge, Kopf locker. Und dann beug die Knie tiefer, schau nach vorn, mit geradem Rücken, richte dich auf und lass aus, die Arme sinken. Einatmend Berg. Aus, mit geradem Rücken und gebeugten Knien in die Vorbeuge, Kopf locker. Jetzt mit rechts weit zurücksteigen, Hüfte sinken lassen, Brustbein hebt. Aus, mit links zurücksteigen in den herabschauenden Hund. Einatmend vorkommen ins Brett. Ausatmend, Knie zur Erde, Katzenbuckel. Einatmend, Rücken sinkt, Kuhrücken. Füße aufstellen und mit der Ausatmung in den herabschauenden Hund kommen. Na und du merkst schon, das ist jetzt wieder eine Variation vom Sonnengruß. Dieses Mal haben wir noch die Dehnung des Hüftbeugers mit eingebaut. Und dann schau nach vorn, lauf nach vorn, ein in die halbe Vorbeuge. Ausatmend lass los in die Vorbeuge. Beug die Knie tief, schau nach vorn, fließ ein, nach oben. Und ausatmend, Grundposition. Und wir machen es nochmal, jedenfalls rechts und links. Ausatmend, fließ in die Vorbeuge. Steig mit links weit zurück, Hüfte sinkt, Brustbein hebt. Ausatmend, ausatmend, in den herabschauenden Hund. Einatmend, vorkommen ins Brett, die Kraft spüren. Ausatmend, der Katzenbuckel im Vierfüßler. Einatmend, Kuhrücken schau zur Decke. Und ausatmen, herabschauender Hund. Anstrengung loslassen. Und dann mit der Einatmung nach vorn laufen, in die halbe Vorbeuge. Ausatmend, Vorbeuge. Einatmend, aufsteigen nach oben. Und aus, Grundposition. Ein Berg. Ausatmen, Vorbeuge. Ein, mit rechts weit zurücksteigen. Die Dehnung spüren. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmend, einatmend, ins Brett, dich rollen. Ausatmend, Katzenbuckel. Ein, Kuhrücken. Zehen aufstellen, ausatmen, herabschauender Hund. Gesicht locker lassen, den Kiefer locker lassen, die Wangen entspannen. Letzte Gedanken rausputzeln lassen aus deinem Kopf. Einatmend, nach vorne laufen. Ausatmen, ausatmen. Ausatmen, ausatmen. Ausatmen, nach oben aufsteigen. Und aus, die Arme sinken lassen. Und dann spür nach. Spür mal, ob sie schon ein bisschen warm geworden ist, ob der Körper mobilisiert ist. Die wichtigsten Teile des Körpers sind jetzt schon angesprochen durch diesen Sonnengruß. Also, die Beine genauso wie der Oberkörper, Kraft genauso wie Dehnung. Lassen Atem fließen. Und dann öffne die Augen. Standfestigkeit. Da geht es natürlich um Balance. Und auch da habe ich jetzt erstmal ein Flow vorbereitet für diese Balance. Und zwar, spür, dass du gut geerdet bist und dass die Füße hüftbreit auseinander sind. Und verlagere dann das Gewicht mal aufs rechte Bein, während du einatmest und das linke Knie sowie die Arme anhebst. Bring dann ausatmend nur die Hände in Anjali Mudra vors Brustbein. Atme hier nochmal ein. Und schieb jetzt die Ferse nach hinten durch, bis du in so eine schiefe Ebene kommst. Lass dabei dann die Arme lang an den Körper sinken. Atme hier nochmal ein in der Zwischenatmung. Ist eine Variation des Kriegers 3. Wenn dann deine nächste Einatmung kommt, hol das Knie auf dem gleichen Weg wieder zurück. Gleichzeitig die Arme nach oben bringen. Und mit der Ausatmung alles sinken lassen und direkt das Knie, das Gewicht aufs linke Bein verlagern. Und dann einatmend rechtes Bein und Arme heben. Ausatmend die Hände vors Brustbein führen. Hier einmal einatmen. Ausatmend rechtes Bein unten durchschieben. Ganz hier in die Länge kommen. Die Schulterblätter ziehen zur Hüfte. Dann einatmend zurückkommen. Rechtes Knie wieder anheben. Arme nach oben führen. Und aussinken lassen. Wir machen es nochmal. Wenn das vom Gleichgewicht zu schwierig ist, dann lass ruhig hier eine Zehenspitze da unten stehen. Aus die Hände vors Brustbein. Hier nochmal einatmen. Dann ausatmend durchschieben. Selbst hier könntest du die Zehenspitze leicht am Boden lassen, aber das Hauptgewicht auf dem Standbein halten. Es gibt im Yoga so viele Möglichkeiten, wie du variieren kannst. Und dann den Weg zurückfinden. Atme ein. Und aus. Lass sinken. Letztes Mal nochmal die andere Seite. Atme ein. Ausatmend. Hände vors Brustbein. Hier einmal einatmen. Ausatmend. Bein durchschieben. Arme in der Länge. Hab das Gefühl, du hast eine lange Linie vom Hinterkopf zur Ferse. Komm dann einatmend wieder zurück. Und lass aussinken. Stell dich wieder auf beide Füße. Spür nach. Mach auch ruhig mal so eine Kniebeuge. Kniebeuge. Standfestigkeit. Und dann löse auch hier die Haltung auf. Unsere letzte Balance heute geht noch in die Hüftöffnung. Die Hüfte war ja jetzt immer parallel. Und jetzt machen wir noch einen Baum. Die berühmteste Yoga-Asana, die es überhaupt gibt. Vor allem, wenn wir von den Balancen sprechen. Verlager wieder das Gewicht aufs rechte Bein. Spür, dass der Bauch hier wirklich fest ist. Und das Brustbein angehoben. Kinn zurückgeschoben. Und dann die Hände ruhig mal an den Hüftknochen nehmen. Und das linke Knie hier ausdrehen. Die Fußzehen sind immer noch am Boden. Und beide Hüftknochen zeigen noch nach vorn. Und dann von hier aus einfach den linken Fuß anheben. Und entweder an die Innenseite vom Unterschenkel bringen. Oder wenn du geübter bist, kannst du natürlich das Bein hier nach oben ziehen. Und hier richtig mit dem rechten Oberschenkel dagegen drücken. Und dann die Hände in Anjali-Mutra bringen. Es ist aber total okay, wenn du hier unten bleibst mit dem Fuß. Achte darauf, dass die Hüfte nicht ausweicht. Sondern, dass du hier ganz gerade bleibst. Über diesem rechten Fußknöchel noch für drei. Zwei. Und dann die Haltung auflösen. Mal hier eine Kniebeuge machen. Spüren, jetzt ist die Hüfte wieder parallel. Und die andere Seite. Gewicht auf links verlagern. Brustbein hebt. Das rechte Knie ausdrehen. Stabilität in diesem Standbein. Vom Fußknöchel über die Hüfte bis zur Schulter. Und dann wieder überlegen, willst du hierher. Und das Bein nur nach oben nehmen, wenn du das nicht auf Kosten der Balance machen musst. Also hier geht es wirklich darum, die Balance auch zu halten. Wenn du willst, kannst du die Arme auch öffnen. Dann hast du hier gleichzeitig noch einen Herzöffner. Finde den Fokuspunkt mit den Augen, dass du die Balance hier gut halten kannst. Atme. Noch ein letzter Atemzug. Und dann die Haltung hier wieder auflösen. Zum Sitzen kommen. Und mal für einen Moment hier in die Rückenlage. Und mal den gesamten Körper, den Nacken, Hinterkopf in die Länge schieben. In die Matte einsinken lassen. Wir hatten es ja von Standfestigkeit. Und jetzt ist das eine gute Ausgleichsbewegung, um den Körper, also die Muskeln hier mal zu entspannen. Lass die Augen ruhig geöffnet. Und mit jeder Ausatmung lass über die Auflagepunkte das Gewicht in die Matte einsinken. Noch für den letzten Atemzug. Und dann die Beine aufstellen. Über die Seite hochkommen. Nochmal zum Sitzen. Dich spüren. Und dann die Augen öffnen. Entweder die Arme aufwächern oder auch mal direkt die Hände hier in Anjali-Mutra bringen. Ich sage Namaste. Danke euch für die gemeinsame Stunde. Danke euch für die gemeinsame Stunde.